Liebe Rüsselsheimerinnen, liebe Rüsselsheimer, wir sind heute hier in der Aja Sophia Moschee in Rüsselsheim in der Uranstraße und als Stadtverordnetenvorsteher setze ich meine Reihe fort mit einem interessanten Blick auf unsere Stadt. Und wir wollen uns mit einer Institution beschäftigen, mit einem Verein, der diese Institution trägt und neben mir sitzt der Vorsitzende, aber mehr will ich gar nicht sagen, denn er soll sich selbst vorstellen und dann, Sie kennen es schon, erfahren wir was über Personen, über Institutionen und natürlich über den Blick auf Rüsselsheim. Ja, ich bitte einfach mal um eine kleine Vorstellung. Hallo, Jelmaus Borstein ist mein Name. Erstens herzlich willkommen, Herr Goddard. Wir sind sehr froh, dass Sie Sie hier empfangen dürfen, auch die Herrschaften, die mich setzen. Und ich bin seit zwei Jahren Vorstandsvorsitzenden der DITIB-Gemeinde Rüsselsheim. Ich bin seit letztes Jahres im Ausländerbeirat und auch im Präsidium tätig. Ich bin in einem Unternehmen als Logistiker, als Beruf und verheiratet. Drei Kinder, drei große Kinder und bin seit 1993 ein Rüsselsheimer. Okay, das heißt, ich höre schon ein bisschen raus, Sie sind breit aufgestellt, wenn man auch im Ausländerbeirat ist. Sie sind breit vernetzt. Das ist schon mal sehr, sehr gut, wenn man so eine Funktion ausführt. Mich würde jetzt mal ein bisschen interessieren, Moschee, da hat jeder so sein Bild. Aber eine Moschee ist ja nicht nur ein Gebäude, wo Religion stattfindet, sondern das ist ja eine soziale Institution. Und da würde ich jetzt gerne ein bisschen mehr darüber erfahren. Ich habe mich natürlich schon mal schlau gemacht. Ich bin auch nicht das erste Mal hier. Wir wissen, was war es natürlich. Aber es wäre schön, wenn Sie es noch mal ein bisschen ausführen. Hier passiert ja in diesem Gebäude sehr, sehr viel. Können Sie ein paar Beispiele nennen, was genau hier alles passiert? Sehr gerne. Wir sind nicht als eine Moschee. Wir sind nicht nur eine Moschee, sondern wir sind eine Gemeinde in Rüsselsheim. Hier herrscht ja auch die Sprache meistens auf Deutsch. Und wir werden... Kinder Nachhilfe gegeben zu den Kindern. Zu den Jugendlichen werden Gesprächsrunde gegeben. Und ja, für die Frauen, für die Frauen, Jugendliche Frauen und so weiter werden sechs Tage die Woche. Okay. Genau. Sechs Tage die Woche. Das heißt, es gibt verschiedene Arbeitskreise. So muss man sich das vorstellen. Genau. Zum Beispiel Dienstag, Mittwochs haben wir die Kleinkinder. Donnerstag, Freitag Jugendliche. Morgens Frauen, abends Jugendliche. Und unter Wochenende haben wir ungefähr 250 bis 300 Kinder, die hier unterrichtet werden. Die Jahre beinhaltet von vier bis 17 Jahren. Und die werden alle nicht nur Islamkunde, sondern auch Kultur und so weiter und so fort unterrichtet. Das heißt, hier im Haus ist immer was los. Also hier ist immer Action. Wir haben zwölf Räume, zwölf Räume, die wir unterrichtet werden dürfen. Und wir haben ungefähr 16 tagtäglich Lehrkräfte, ehrenamtliche Lehrkräfte, die bei uns beschäftigt sind. Wenn Sie jetzt mal so, ich weiß nicht, ob Sie so das notieren oder aufs Zitat Liste haben, wie viele Leute gehen hier sozusagen ein und aus? Wie groß ist Ihre Gemeinde? Oder mal so gefragt. Wie viele Leute betrifft es, die sich hier in verschiedenster Form engagieren, die Angebote nutzen? Wir sind als Mitgliedsitzahl 450 bis 500 ungefähr beim Freitagsgebet vor den Corona-Zeiten zumal bis 1.000, 1.200 oder aber beim Feiertagsgebeten bis zu 1.800 gesehen. Aber nach dem Corona hat sich das alles ein bisschen zurückgeschoben und viele haben mehr Angst in so eine große Gesellschaft reinzukommen. Natürlich, ja klar. Und manche tragen Maske, manche tragen keine Maske und wollen nicht unbedingt in dieses Publikum reinkommen. Aber desto trotz, momentan haben wir beim Freitagsgebet mit 6.000 bis 700 Leuten, die daran teilnehmen. Jetzt ist ja das Engagement schon über Jahre hat sich entwickelt. Können Sie das so ein bisschen beschreiben, wohin sich denn, wie hat es angefangen und wie hat sich das entwickelt? Und vielleicht auch so eine Perspektive sagen, was denken Sie, wo wird es sich hin entwickeln? Was wird in Zukunft kommen als Angebot hier, das Sie haben? In diesem Gebäude sind wir seit 1991. Seitdem hat sich vieles geändert. Das glaube ich. Ja. Hier war eine Werkstatt und so weiter und so fort. Wir haben nach und nach verbessert, verschönet, vergrößert, unter anderem. Wir haben es angefangen mit ein Vorbilder und so und jetzt haben wir zwei, auch für die Damen haben wir extra Vorbilder und so zu sagen. und haben mehr Kinder inzwischen. Wir haben sogar letztes Jahr einen Kindermoschee, sozusagen. Wie nennt sich das Kindermoschee auf Deutsch? Kimmo. Kvölzim. Okay. Wie heißt Kvölzim? Das ist ein Kindermoschee, das betrifft Kinder von vier bis sechs Jahren und dann ab sieben Jahren können Sie dann normal Unterricht nehmen. Und wir haben ja vieles geschafft, das man früher nicht schaffen konnte. Zum Beispiel, dass ein Stadtverordneter uns besucht und mit uns interviewt. Das haben wir auch vielleicht mal geschafft. Oder die haben uns das gesehen. Die haben uns hier gesehen, dass wir auch hier sind. Und deswegen haben sie uns das besucht. Das wäre auch so eine Frage Kooperation. Also Sie selbst sind auch im Außenweltbeirat. Das ist, glaube ich, auch eine sehr sinnvolle Vernetzung, sagt man ja. Gruppe geben Sie noch mit anderen Vereinen, Institutionen, arbeiten Sie mit Leuten zusammen, mit anderen Gruppen. Gibt es da noch was, was man nennen kann? Die umlebenden Gemeinden, Moscheegemeinden oder andere normale Verbande und so weiter und so fort sind wir alle immer in Kontakt. Ja, wir haben zum Beispiel auch eine Fußballmannschaft, die bei uns einen Platz bekommen hat, die deren Sachen auch wichtig sind. Ja, wir unterstützen die ja auch. Und die Gemeinden sind ja immer telefonisch oder per WhatsApp oder wir kommen zu Besuch oder wir kommen zu uns Besuch oder wir kommen zu dem Besuch und so weiter und so fort. Wir haben neulich ein junges Mädchen, die Blut erkrankt ist, Blutkrebs hat, werden nächsten Freitag für die Blutspenden festmachen, organisieren. Das wird in ungefähr zehn Gemeinden zusammen gemacht. Wir werden auch daran teilnehmen. Sehr gut. Wie ist die Kooperation mit der Stadt? Da haben Sie auch mal zu tun, wenn Sie hier was umbauen oder sowas oder überhaupt gibt es da Anknüpfungspunkte? Sind Sie da zufrieden? Wie würden Sie das beurteilen? Wir sind zwar zufrieden mit der Stadt natürlich, klar, es kann natürlich immer besser werden. Nicht so gut, dass man es nicht noch besser machen kann. Das ist gut, dass wir als Ausländerbeirat auch in unserem Gebäude sind. Das ist der Herr Bernkert. Adnan Dajankertsch auch hier ist? Genau. Und wenn wir was wollen, über ihn oder wir selber hingehen, das wird oft akzeptiert, das kann natürlich aber besser werden. Wir hoffen, dass das in Zukunft besser wird. Sehr gut. Jetzt machen Sie ja auch hier Bildungsarbeit, Sie haben das schon angedeutet, für die Kinder mit verschiedenen Alter, also neben den religiösen Nachhilfe, so was haben Sie gesagt. Wobei reden Sie da auch mit anderen Institutionen mit der Stadt oder mit anderen Schulen oder gibt es da irgendwie Zusammenarbeit? Mit anderen Schulen auch. Die, die hier unterrichten, sind ja auch gebildete Leute. Mit anderen Schulen nicht so direkt, aber indirekt. Ja, für die Frauen zum Beispiel bekommen wir einen Pädagogen, einmal im Monat, dass sie auf Deutsch und auf Türkisch unterrichtet wird und so weiter. Wir werden ja auch nicht nur unterrichten, sondern auch Kulturstädte und so weiter werden bei uns besucht. Wir werden nächste Woche im Dezember eine Reise in die Türkei organisiert, da werden Kinder zwischen 13 und 17 Jahren in den Hauptstadt besucht. Ankara? Okay. Ankara besucht, unter anderem natürlich Parlament, dass die Kinder auch den Herkunftsland des Eltern nicht vergessen geraten wird, wird das gezeigt. Natürlich sind auch in Planung das KSKZ zu besuchen und den auch mit den Kinder unterrichten. Wo in Tubenwald oder wo gehen wir in Tubenwald? Das ist noch nicht genau definiert, aber das ist in Planung, dass wir auch nicht nur in der Türkei, sondern auch in Deutschland auch vielmals gemacht, dass das gemacht wird. Also Sie machen auch Bildungsarbeit und nicht nur hier im Gebäude, sondern Sie machen auch Ausflüge und schauen sich Institutionen an, was gerade für junge Menschen vielleicht auch interessant ist. Das finde ich sehr gut. Genau. Toll. Super. Jetzt kommen wir zu meinem spannendsten Teil sozusagen des Interviews. Und zwar interessiert mich ja, ich würde es gerne aufteilen, wenn Sie es können. Sie als Vorsitzender des Vereins, wie sehen Sie Rüsselsheim und wie sehen Sie es als Privatperson, als Mensch, der hier in Rüsselsheim lebt, der hier einkaufen geht, der hier alles nutzt, was vorhanden ist. Also erst mal die Institution, wie ist das Verhältnis zur Stadt Rüsselsheim, wie sagen Sie das, wie finden Sie das, sind Sie hier gut eingebunden, ist das? Und aber auch als Privatperson, was gefällt Ihnen an Rüsselsheim, wo sagen Sie, oh das sehe ich kritisch, oder auch was wünschen Sie sich, was müsste sich hier entwickeln, was müsste besser sein an Rüsselsheim. Der Blick auf Rüsselsheim. Seien Sie mutig, also wir machen das nicht zum ersten Mal, also wir dürfen ruhig auch mal was kritisch sagen, man kann ja was wünschen, man kann das ja sehr positiv verpacken sein, also ich wünsche mir noch das und das. Vielleicht erst mal, was gefällt Ihnen, ja? Also erst mal muss ich mal erwähnen, dass wir ein Rüsselsheimer sind, als Gemeinde, wir sind Rüsselsheimer, wir gehören zu Rüsselsheim, selbst wenn irgendwo ein Brüder gesperrt wird, interessiert uns, wenn irgendwo eine Zebrastreifung gemacht wird, interessiert uns nicht nur mich selbst, sondern alle Gemeindemitglieder und auch Gemeinden, wenn irgendeine politische Hinrichtung in unserer Stadt Macht übernehmen wird, will, mit wem er das machen will, das interessiert uns auch, ja, wir sind ihr, ihr seid wir, ist klar, wir sind Teil dieser Stadt, genau, wir gehören hierher, absolut, genau so ist das, so sehen wir, so sehen Sie, aber jetzt noch mal, doch gerne auch mal, was sagen Sie, die Entwicklung, Brüsselsheim hat sich immer entwickelt, teilweise sehr stark, sehr krass, wenn wir uns mal gucken, wie Opel sich entwickelt hat, wie die Stadt sich entwickelt hat über die Jahre, wie ist so Ihr Blick, wenn Sie, auch das, was angeboten wird, sozusagen, muss ich sagen, was sagen Sie, ist das alles gut so, da gibt es auch viel noch so, das wünsche ich mir noch, gibt es da irgendwas, auf jeden Fall, kann man ja sagen, Arbeitsplätze, okay, Bildungsplätze, da wir ja auch ziemlich wenig Bildungsplätze haben, oder angesagte Bildungsplätze, sozusagen. Was meinen Sie da, Ihr Kitas oder den Schulbereich, was meinen Sie da, beides? Wir kriegen ja oft mit, von unseren Mitgliedern, dass sie keine Kita-Plätze, okay, bekommen, oder aber, dass sie sich gleich nach dem Geburt sich anmelden müssen, erst dann eventuell, das ist leider so, oder wir tagtäglich Tür klopfen, damit sie angenommen werden, oder aber, wenn wir sehen, in Rüsselsheim, in Dirkabusch, dass die Kinder in den Containern geschult werden müssen, das finden wir nicht so schön, oder eine Hochschule, so eine Stadt wie Rüsselsheim, braucht das, wir sitzen, wir haben in der Mitte, Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, und wir haben aber nichts, viel davon, von der Verbindung hier sind wir auch sehr gut, Autobahn, Flughafen, Schnellzug, und so weiter und so fort, wir haben alles rundherum, aber in Rüsselsheim selbst, finde ich ein bisschen wenig, das habe ich nicht ganz verstanden, was ist Ihnen zu wenig da, bei den Verbindungen in Rüsselsheim? Nein, nein, die Verbindung ist sehr schön, aber die Bildungsplätze in Rüsselsheim, gegenüber den Möglichkeiten, die wir haben, ist ein bisschen wenig, da wünschen Sie sich mehr, okay, nochmal nachgefragt, wenn Sie, sagen wir mal, Gäste aus, aus der Türkei haben, aus anderen Städten, Deutschlands, ja, und die kommen nach Rüsselsheim, was, was zeigen Sie denen in Rüsselsheim, wenn Sie sagen, ach komm, lass uns mal auf, ich zeig dir mal Rüsselsheim, was zeigen Sie denen, was, was sind Ihre Orte, wo Sie sagen, da gehe ich gerne mit Ihnen hin, das ist natürlich schon sehr gemein, das ist klar, das ist klar, das müssen Sie sagen, das ist die Abteilung Eigenwerbung, alles klar, okay, aber wenn Sie sagen, lass uns mal irgendwo hingehen, einen Kaffee trinken, was machen Sie mit dem, oder einen Aufflug machen, oder spazieren gehen, wo gehen Sie hin? Main, meistens am Main, mein Vorland, okay, am Main Vorland gehen Main, Stadtmitte ist leider nicht so attraktiv, auch ein Punkt, ja, das sagen viele, ja, jedes Mal, wenn ich da ankomme mit Auto, kriege ich mit Strafzetteln zurück, okay, oder oft, nicht jedes Mal, aber oft, und wir haben ja vielleicht einen Ostpark, der sehr schön ist, aber etwas besser gestaltet werden kann, seit 1993 bin ich in Deutschland, in der Hüsselsheim, und seit 1993 hat sich nur eine Sache verändert, im Ostpark, das war diese, auf dem Wasser, da waren so ein Holzteile, das haben Sie abgebaut, nicht was gebaut, sondern wurden abgebaut, ja, genau, den Steg, genau, den Steg haben Sie abgebaut, höchstwahrscheinlich aus Sicherheitsgründen, außerdem hat sich nichts verändert, okay, also da ist noch Verbesserungsbedarf aus Ihrer Sicht, ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall, allerletzte Frage, vielleicht auch nochmal Ihre Institution hier, wo sehen Sie die in 5 oder 10 Jahren, was wird sich ändern, wie denken Sie, wo geht die Reise hin, wir hoffen, dass wir Gestaltung der Rüsse sein, mit viel wirken können, okay, auch mit unseren Jugendlichen, die bei uns sind, oder von uns in die Stadt gegangen sind, oder in politische Richtung sind, ja, super, das ist gut, daran arbeiten wir sehr, daran arbeiten wir sehr, daran arbeiten wir sehr, das ist eine gute Baustelle, da sollten Sie weiter dran arbeiten, wir wollen ja nicht nur hier hocken, und zuschauen, was die anderen in Rüsse sein machen, verändern, und so weiter und so fort, wir machen mit, wir möchten mitmachen, das gefällt mir, Sie wollen mitmachen, sehr gut, gutes Schlusswort, Herr Bostan, vielen, vielen Dank, für diesen Blick auf Rüsse sein, und weiterhin viel Erfolg, bei Ihrem Engagement, insbesondere im sozialen Bereich, das ist wichtig für unsere Stadt, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Grobe. Vielen Dank. Vielen Dank.